So, halli hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Goo. Ja, beim letzten Mal haben wir eine gigantische Brücke gebaut, nämlich genau diese hier. Und sind jetzt hier drüben angekommen und machen da jetzt einfach mal weiter. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Äh, Recuration... Okay, konnte ich nicht lesen. Was ist los hier? Designpainter. The last of the goo balls didn't seem to know that they were extremely delicious. Der letzte der goo balls scheint nicht zu wissen, dass er sehr lecker ist. Or about the nature of the smelly pit in which they found themselves. Oder über die Natur, dieser riechenden Schlucht, in welcher sie sich gefunden haben. They said something about this being the last level of the first chapter. Sie sagten irgendwas darüber, das sei das letzte Level des ersten Kapitels. Äh, whatever that means, was auch immer das bedeutet. The Signpainter. So. Ähm. Ja. Gott. Ähm, muss ich da raus, oder was? Ähm, ja. Will erstmal hier alle haben. Was ist denn das für ein Joopster? Das ist ja ekelhaft. Und dann sind hier so komische Mopeds. Oh Gott. Ähm, ja. Ich glaube, ich will das erstmal stabilisieren, wenn das geht. Ähm. Weil sonst... Ähm, komme ich da, glaube ich, nicht raus. So, wenn ich das dann nämlich so breit gebaut habe, dass es nicht mehr rumhopsen kann. Und das ist von links nach rechts. Dann habe ich schon mal viel gewonnen, glaube ich. Ähm. So. Und so, oder so? Äh. Und äh. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine Base. Ich hoffe, dass das jetzt noch reicht. Ähm. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Na, kommt so rum wieder. Ähm. Jetzt legt das Ding unter. Nein, es kippt. Ähm. Guck mal her. Dann. Da so hin. Du da. Es schwankt trotzdem noch ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt welche, wie viel ich da haben darf im Endeffekt. Ähm. Oh Gott. Es schubst. Nein. Puh. Ähm. Nein. Ach Mann, oh. Wenigstens gehen sie nicht kaputt. Ah. Flupp. Fallen sie alle runter. Ich muss das hier mal noch ein bisschen stabiler bauen irgendwie. Was ist denn hier los? Warum dreht sich das auf einmal? Verarschen? Ah. Ähm. Ja. Fuh euch und so. So. Auf sich zu drehen. Hier drüben auch noch. Hin. So. Jetzt wird nicht mehr gedreht. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug von den Teilen, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche, um das Level zu schaffen. Es steht hier irgendwie nirgends. Hör auf dich zu drehen. Hör auf dich zu drehen, habe ich gesagt. Nicht. Hör auf. Bitte. Bitte. Hör einfach auf dich zu drehen. So. Ach, das ist ja kein... Ähm. Oh Gott, wie hoch geht denn das? Design Painter. You might be on this... onto something. Du scheinst irgendwie auf irgendeinem Weg zu sein. Äh. It will be a tight fit. You might have to leave some behind. Es wird ein enger Gang sein oder so. Du musst wahrscheinlich welche zurücklassen. But that's probably okay. We are all in it together. Das ist okay. Wir sitzen alle im selben Boot. Design Painter was here too. Ja. Ähm. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen? Ein Magen oder... Keine Ahnung. Ist irgendwie mega strange. Kann das sein? Ich sollte nicht meine ganze Brücke kaputt machen. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Ähm. Aber die, die hier so sinnlos rumschwimmen, die brauche ich halt nicht. Oh Gott. Wie hoch geht denn das noch? Ich glaube, ich habe da unten einfach zu viel verbaut. Na gucken. Wird sich dann zeigen. Wenn nicht, muss ich da unten noch ein bisschen abbauen. Aber ich glaube, jetzt darf das auch eigentlich nicht mehr umkippen, weil es hängt ja hier an diesen komischen Dingern dran. Muss man mal sehen. Dann gleich demnächst bald. Und so. Und so. Und so. Und... Ja. Es schubbt mich nach oben. Warum auch immer. Es mich nach oben schubbt. Ähm. Okay. Das ist schon wieder ein Schild. Sie sagen, das ist der höchste Punkt auf der ganzen Insel. As the sun rises, you can almost see forever. Ähm. Wenn die Sonne aufgeht, kannst du für immer sehen. But, äh, I wonder what you might see if you floated a little higher. Aber ich würde... Aber ich wundere mich darüber, was du sehen würdest, wenn du weiter nach oben geschwemmt würdest. Werden würdest. Will meet again, the sign painter. Ähm. Ja. Ich hab bestimmt hier unten noch ein paar Grüne. Genau, die nehm ich mit. Wär ich ja dumm, wenn ich die da einfach so lassen würde. Komm her. Ich lasse keinen zurück. Ähm. Bleib hier. So. Und bleib hier. So. Ist blöd, dass man immer mit den Dingern halt auch an den Kanten hängen bleibt. Das find ich ein bisschen unnötig. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. So. Und hier noch die Brücke. Okay. Ähm. Du noch da. Nein, nicht da bauen. Komm her. So. Nein, du setzt doch da drauf. Und der eine noch hier. So, da haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal alle da unten aus diesem komischen Kapuff raus. Ich weiß noch, was stecken geblieben ist. Ich weiß noch, was stecken geblieben ist. Genau, dieses Standard-Ding ist stecken geblieben. Also, das, was wir von Anfang an hatten. Dieses Klumpen-Goo-Dings. Hier. Die steckt da ganz gut. Oh Gott. Wie es da reingeknetscht ist. Ähm. Ich glaube, ich will das hier nochmal ordentlicher bauen. Ähm. Oh Gott. Ich hörte auch. Ich sollte einfach aufhören damit. Und einfach weiterbauen. Ähm. Ja. Wenn ich dann vielleicht noch welche brauche, dann könnte ich da nochmal drüber nachdenken. Irgendwie. Vielleicht. Unter Umständen. Vielleicht. Bald. Weil hier zum Beispiel... Äh, nein. Ich greife da jetzt nicht rein. Nö. Nö. Ist mir jetzt zu heiß. Am Ende rutsche ich nochmal ganz runter. Wo ist die ganze Scheiße nochmal immer? Habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Ähm. Wo ist denn überhaupt hin? Noch weiter hoch? Gott. Ähm. Na dann. Machen wir das doch einfach mal. So. Und so. Und so. Kann ich da ein bisschen Gleichgewicht reinbringen hier? Ähm. Da. Und so. Irgendwie nimmt's kein Ende. Kann das sein? Äh. Blödes Level. So. Irgendwie hat der einen kleinen Linksdrall, der Turm. Ich weiß aber nicht warum. Da kann ich auf jeden Fall auf der rechten Seite dann dafür weiterbauen. Das soll mich nicht stören jetzt. Gerade im Moment. Sollte ich dann halt bloß schauen, dass ich nicht zu viel nach links baue. Oh. Oh, Alter. So. Jetzt hab ich keine mehr. Jetzt wird's witzig. Okay. Der war gut. Der war auch noch gut. Ich warte nur drauf, dass ich den Falschen abziehe und ich dann ins Nirvana falle. Dann schreie ich, glaube ich. Also. Ähm. Das bricht schon wieder ein. Ich seh das da oben auch schon kippen. Also. Ja. Es wackelt schon sehr verdächtig. Oh Gott. Den kann ich bestimmt loslassen. Den hoch. Ähm. Den auch. Den bestimmt auch. Und den auch. Nein. Das kann ich mir nicht leisten, die einfach so runterfallen zu lassen. Äh. Komm her. Dum, 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 dum. Das ist überhaupt nicht hoch. Oh Gott. Ey. Wie hoch soll denn das noch gehen? Ähm. Da muss ich vielleicht gar nicht hoch? Vielleicht doch. Ich baue einfach mal weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Yay. Ähm. Oh. Oh. Das war dumm. Das war dumm. Den wollte ich gar nicht haben. Äh. Das will ich aber auch nicht so. Eigentlich. Da. Das finde ich nicht gut. Geh doch mal weg hier. Ja. Okay. Er ist zu glücklich noch gelandet. Irgendwie. Ja. Ja.